servus leute willkommen zurück in world wir sind dabei gerade dran den heiler zu retten und ich hoffe das klappt hier sind auch bauteile sehe ich gerade ihn fragen wir jetzt mal zurück draußen sind 33 grad zusammen gebrochen weil es zu heiß ist naja ich versuch mal in 26 grad ist er präglich es wird hier hier wird schön wo sind diese eischhörnchen wildtiere eischhörnchen affe schildkröte werden keine verrückten eischhörnchen angezeigt vielleicht muss ich wirklich erst suchen nur wo ich habe die quest weggedrückt wo sind verrückte eischhörnchen ich traue mich halt aber noch gar nicht mich so richtig raus zu bewegen wenn ich ehrlich bin mir gar nicht so viel nahrung ne kartoffeln 4 einfache mahlzeit mal 7 aber hier wird gebaut unser lagerraum cool stecktonen lagerzone kleine lagerzone können wir hier noch später wenn man die erweiterten zwischenstopp machen und hier noch eine lagerzone machen dana der heiler cool bedürfnisse ernährung schmerzen mittel hitzeschlag extrem unter ernährung die realisiere fütter von prana dem heiler wird da mal jetzt mal vielleicht schließt er sich uns an wird quasi zahm wie ein tier obwohl ich das tier noch nie gesehen habe rot nicht im gehege gehege erlaubt das gebiet klicke zum satieren an dieser spalte gebiet 1 wenn ich das jetzt heim nenne heim ok invertieren ich weiß nicht wie das geht dass es jetzt rum rennen in die wildnis entlassen es ist ja in der wildnis da rennt es rum trana ist wieder ein bisschen besser erholt sich erholt sich unter ernährung tribal elf prozent lager alles verbieten wird auch nichts mehr rein alles raus hier aus dem lager in das lager dann ist das zumindest mal überdacht dann machen wir hier böden platte aus sandstein so bauen wir jetzt unser lager um hier hätte ich gerne noch weitere räume dafür muss das hier erstmal weg strukturen befehle gestein abbauen das muss weg das will ich nicht haben das gibt es auch noch grab karawanensammelplatz partyplatz hochzeitsplatz gehege markierung werkzeug bank kann eine reichweite eines arbeitsplatzes errichtet werden um die arbeitsgewinnigkeit zu erhöhen pro arbeitstisch bis zu zwei werkzeug schränke können bis zu zwei werkzeug schränke das ist geil lohnt sich vielleicht so hier in dem bei dem tisch ist ja wenn man tiere hält das ist vielleicht in zonen der reis wächst noch ernten wir hier noch hier die beerenbüsche ab wenn die schon mal hier gerade wachsen ja auch darf auch geerntet werden wir brauchen hier viel mehr nahrung dann ja ja dann ja das werden zimmer 123 zimmer hier wird so ein übergangs zimmer was weiß ich was es wird oder wir machen die bisschen länger wenn man die band hier weg machen das so hier will ich durchlaufen später das soll weg abbrechen hier wird ein durchgang gemacht hier wird ein durchgang das kann weg das kann weg das sind die schlafräume jetzt die ich jetzt planen der braucht keinen durchgang werden bisschen größer ein bisschen mehr luxus hier dann hier kommt die band hin dann haben wir 123 schlafräume und hier machen wir gleich ins gefängnis oder vielleicht genauer medizinraum machen also das ist hier das wird jetzt alles strukturiert und gebaut die bot noch ein paar fallen ist auch schon mal nice was hat sie denn handwerk sozial intellekt konstruktion zwölf schon und wir brauchen mehr sandstein priorisiert arbeit mit bergbau sondern handwerk höchste priorität muss viel mehr sandstein machen und jetzt stahl haben wir brauchen warum lagert die das sind fein das ist jetzt die frage das ist noch die lagerzone bevorzugt und hier die lagerzone zone verkleinern löschen zack keine lagerzone mehr jetzt muss das alles mal nach und nach weg getragen werden alles hier das lager innere kommt was macht noch was hast du gesagt was noch gut die kriegen jetzt alle ihren schlafplatz dann machen wir das nach und nach schön dass es den besser gefällt wird werden zwar kleine schlafräume aber ihr lichtart kriegt noch ein kunst die schreien die ist nämlich in kunst der killer die ist nämlich kunst 10 vielleicht kann die dann was herstellen dass uns das für alle so schön ist und die fallen nach und nach werden die fallen auch fertiggestellt die brauchen viel sandstein rana hat sich erholt und beschlossen zu gehen du dreck sack inhaft ihre drama naja irgendwann irgendwann kommt er wieder ich weiß halt nicht wie ich die ob ich die gefangen nehmen muss oder nicht oder ob sie sich freiwillig anschließen müssen das habe ich noch nicht so raus ich will leider auch nicht weiter helfen so brienne machen wir ein paar steine würde ich sagen jen holt sich steine jawohl quest aktiv shift zu den sternen eine freundlichkeit aus deiner vergangenheit namens charlon whitestone hat dir eine nachricht geschickt er erzählt dir dass er ein raumschiff auf diesem planeten versteckt hat und übermittelt die koordinaten das raumschiff ist aktuell im tiefschlafmodus dort angekommen musst du es in gang setzen und anschließend raider abwehren die versuchen wollen das schiff zu stehlen bis die startfrequenz abgeschlossen ist wenn es dir gelingt das schiff vom boden abzuheben wird die charlon whitestone von dieser randwelt wegfliegen wurde vor einer stunde angenommen hier sind noch die ques 14 tage übergewebe verrückte eischöne und unsichtbare bedrohung mir war schon ewig nichts mehr ich weiß nicht ich trau mich hier kaum weg es läuft gerade so gut alles noch zu außerdem weiß ich nicht wo die eischöne sein sollen rieren macht es erst mal sandstein drinnen aber die das holt ist alles nicht arbeit warum holten holen die das zeug und das liegt jetzt draußen herum und bringen nichts ins lager jetzt ihre wegtragen vom bauteil wo ist aussehen gern so verbleibende aber okay wenn es drin ist dann ist gut ich muss das dann alles so einzeln weg machen okay messer aus stahl groß ihren tag man so einzelne sachen ein bisschen weg was war wohl kann was sagen aber ich bin vogelfeder ich bringe es mal ein bisschen rein es geht mit kaputt stahl keule aus holz die brauchen wir nicht silber und so silber das klas muss man rein richtig geil vorsichtig ist wirklich auch noch ein spitzname eigentlich die irre das silber noch weg hier machen ich mal ein bisschen sandstein sandstein glöcke so oder aus stoff schlicht kann kaputt gehen das ist egal holz holz hätte ich auch gerne noch weg das silber weg tragen von holz nochmal schuld alles was hier kaputt gehen kann kommt jetzt mal weg schuldig alles los schuldig 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 Werkzeugschrank, okay, vielleicht mache ich das hier auch hier rein und nur einen kleinen Eingangsbereich haben. Hier schläft er eh nicht, das kommt nicht weg. Ja man, auch die hier fallen. Bäm. Wo ist die erntet jetzt? Bäm macht ordentlich Steine. Ah, jetzt sammelt er das Holz, jetzt mach das von alleine. Wenn er gerade so keine aktiven Aufgaben hat. Okay, dann holt er Zeug. Bäm. 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 In welche Richtung hast du die Windturbine gebaut? Kannst du mir das noch mal sagen? Äh, ich... nach unten. So. Also es dreht sich Richtung große Fläche. Ja. Genau. Ah, Gozi holt das ganze Zeug rein. Sehr schön. Kann der auch bauen? Handwerken. Illich kann bauen. Gozi kann auch mal versuchen zu bauen. Probiere. Warum? Was ist? Schwerer zusammen probieren. Warum? Unterernährung. Ah. Hat er jetzt was gegessen, oder? Ey, Gozi, was ist los? Ach so, ich kann nichts kochen. Ah, die ernten jetzt. Sehr geil. Reiß ist fertig. Wird geerntet. Und dann kann Gozi ja nochmal kochen. 37 Grad. Ja, ganz bestimmt. Illich atmen auch immer noch die Fallen hier fertig. Aber dann haben wir jetzt wirklich rundherum fallen. Reiß mal 6. Reiß. Prientsch, Pflanzenstufe 3. Sehr geil. Die macht dich auch mit den Pflanzen. Man kann Heilpflanzen. Immer noch schlecht. Unser Lagerplatz ist bald voll. Warum ist das Lager? Ach, ich hab die Stahlschmelze noch gar nicht. Wut am Vibrieren. Oh. Sehr hungrig. Oh. Oh, komm schon. Oh, nö. Oh, nö, nö. Oh, nein. Oh, jetzt macht sie alles kaputt. Oh, ich hab nichts zu futtern. Willst du mal, wenn du Beere sammelt, ich würde deine Kante auch einfach mal zu kochen, ne? Ja, die sind alle am Arbeiten und jetzt macht Prientschmelze nix mehr. Ernten. Nein, Prientschmelze ist im Hutanfall. Die macht jetzt nix. Ich schlag alles kurz zu klein jetzt. Sag mal, hast du jetzt bald die Strukturen hier fertig gebaut? Ich hab nichts mehr zu futtern. Dann ess doch was, Brienne. Na ja, Priennen esst nix mehr. Die schlag alles klein. Ja, mach meine Fallen kaputt jetzt. Super. Fahrt fertig geworden. Klasse. Aber warum esst? Hast du mal hingeschickt zu den Beeren? Ich kann sie nix machen. Da sind Beeren. Ich kann nix machen. Ich hab sie vielleicht einfach brücheln lassen. Konsumiere Beeren. Komm mal. Ich hab zu wenig Nahrung gebaut jetzt. Das hat sie alles klein geschlagen. Super, ey. Weil die acht Jahre braucht, für diese Fallen fertigzustellen. Ich hab keinen Lagerplatz mehr. Weckfragen von Reis. Kann ich mal einen Stuhl bauen? Toll. Wiederhole für immer. Aufgaben. Ja, dann kocht doch auch was. Umkocht ihr denn nix? Einfache Mahlzeit. Hey, Ghostie. Du musst kochen. Arbeit, kochen, eins. Wo ist denn kochen jetzt? Er kocht nix. Er macht jetzt die Pflanzen ab. Die geben doch die Aufgaben zu kochen. Also, links klick auf die Aufgabe abfeuern. Ja, einfache Mahlzeit kochen. Für immer. Ja. Bis an. Nee, du musst ja links klicken. Auf die Schlachtbank klicken. Diese kochen gedänzt doch bei dir. Ja, hab ich. Nee, hast du nicht. Du hast rechtsklick. So, links klick. Links. Linke Maustaste. Achtung. Zack. Ja. Neu verbinden. Die hat den Stromcrain geschlagen. Ich mach den Strom kaputt. Nee, ist verbunden mit Strom. Ich verstehe es nicht. Kocht nicht. Ah, jetzt geht er. So, irgendjemand muss hier Arbeit planten. Auf jeden Fall Feldarbeit immer anhaben. Bau und zwei. Komm, mach Feldarbeit. Jan kann genauso Feldarbeit machen. Ah, ich hab hier im Lager. Ja, ich hab das Lager noch mit. Platte aus Sandstein. Genau. Ja, ich will das Lager hier. Architektzonen. Lagerzone. Kann ich das? Lager, Nahrung. Keine Nahrung hier. Nahrung nur hier lagern. Warum machen wir das? Warum hast ihr mich so? Was ist, wenn ich das nicht so? Ja. Whoa, ich will das Lager. Das Schmerz fachen. Och moment rein. Wie lange 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 nicht? Oh, ich Pennistein. Ich wollte das zu 여러분. Du multi mal vor Ort. Oh, ich habe das Ganze. Oh, man. Ich war etwas von Lager. Und dannlagerungen. Wie lange liegen. Ich kann nichts fertig bauen, weil die keinen Stein hat. Wir müssen mit der Folge wieder durch. In der nächsten Folge muss ich mal die Wendi hier fertig bauen. Dafür braucht Brienne Stein. Das geht nur, wenn sie Handwerk. Das ist aber höchste Priorität. Aufgaben sind wieder auf Null. Wir werden angegriffen. Irgendwas ist verrückt. Eine hiesige Boom-Malope ist verrückt geworden. Sie wird jeden in Sichtweite angreifen. Zum Ort springen. Eine was? Oh, Alter. Oh, Alter. Stopp. Stopp. Machen wir in der nächsten Folge. Wir werden angegriffen. Machen wir in der nächsten Folge. Euer Ghostie. Ciao. Ciao.